Herzlich Willkommen bei Dennerler. Mein Name ist Volker Jochum und heute geht es um das Thema CO2-Zugabegeräte. Zugabegerät ist nicht gleich Zugabegerät. Welches Zugabegerät für euer Aquarium am besten ist, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal mit dem einfachsten Zugabegerät von uns an. Und zwar ist das unser Topper. Der Topper ist wie so eine kleine Schale, wo hier vorne das CO2 eingebracht wird, pluppert dann hier in die Schale rein und diffundiert dann von dort aus ins Aquariumwasser. Der Topper ist bei unseren Bio-CO2-Inlagen dabei und ist jetzt nicht für ein Starklicht-Aquarium geeignet. Aber wenn ihr so ein Anfänger-Aquarium habt mit nicht so vielen Pflanzen oder mit vielen Mosen oder langsam wachsenden Pflanzen, ist der Topper eigentlich das optimale Zugabegerät. Bei dem Topper gibt es auch noch eine Besonderheit. Der hat so eine kleine hier an der Seite, kann man sehen, so eine kleine Falschgasentlüftung. Was ist Falschgas? Falschgas bezeichnen wir in der Aquaristik oder wir in unserem Unternehmen einfach nur den Stickstoff. Stickstoff ist überall, also wir atmen auch zum Teil Stickstoff ein, auch in eurem Aquariumwasser ist ein Teil Stickstoff gelöst. Was passiert? Ich gebe jetzt hier in den Topper CO2. CO2 sammelt sich, drückt sich nach unten und diffundiert mit dem Aquariumwasser. Im gleichen Moment diffundiert aber auch ein Teil Stickstoff in den Topper hinein. Da der Stickstoff leichter ist wie das CO2, sammelt er sich an dem Topper Oberseite und durch die Falschgasentlüftung entweicht es. Das macht einmal mal so blub, blub, blub. Also wenn ihr sowas schon mal beobachtet habt, das ist nicht das CO2, was da rauskommt. Das ist einfach nur der Stickstoff, der da ausgetrieben wird. Als nächstes Zugabegerät habe ich hier unseren altbekannten Flipper und in dem Flipper steckt extrem viel Entwicklung und extrem viel Knopfhoff. Ich erkläre es euch kurz. Hier durch dieses Röhrchen wird euer CO2 in die untere Seite, also an den unteren Rand des Flippers gebracht, wird über eine Blase in den Flipper reingebracht und wandert dann über diese Treppen nach oben zur Oberseite. Was passiert jetzt? In dieser Zeit, wo diese Blase hier hochwandert, verbringt sie extrem viel Zeit in eurem Aquariumwasser und kann mit dem Aquariumwasser diffundieren. Jetzt ist es so, wer so ein Gerät zu Hause hat, hat das bestimmt auch schon mal beobachtet. Wenn die Blase unten austritt, ist sie schon deutlich größer, wie wenn sie an der Oberseite ist. Das hat den Grund, in dieser Zeit, wo diese Blase wandert, diffundiert quasi das CO2 aus ins Aquariumwasser und wird kleiner. Jetzt ist es so, je kleiner die Blase wird, umso leichter wird sie auch. Aus dem Grund haben wir hier am Anfang nicht so starke Steigungen und gegen Schluss wird der Winkel von dem Flipper immer steiler. Somit gewährleisten wir, dass die Blase immer eine exakt gleiche Zeit im Aquariumwasser verweilt. Und der Rest dieser kleinen Blase sammelt sich hier oben in den Behälter und es ist das gleiche Prinzip wie beim Topper. CO2 ist schwerer, Stickstoff ist leichter, wird hier ausgetrieben und der Rest des CO2 löst sich dann mit dem Aquariumwasser. Als letztes möchte ich euch auch unser neuestes Zugabegerät vorstellen, das ist der CO2 Diffuse Ultra. Den CO2 Diffuse Ultra haben wir in drei Größen. Den gibt es einmal in S, M und L. Und gerade ich als Aquascaper liebe das Teil, weil das ist echt genial. Euer CO2 wird wirklich richtig fein verperlt, also das wird fast wie Staub. Also das sieht richtig cool aus im Aquarium. Dadurch wird es auch gut gelöst, weil die Perlen halt sehr, sehr fein sind. Dieses Teil ist aus Acryl, kann nicht zerbrechen, also weil die meisten herkömmlichen Zugabegeräte, die es am Markt gibt, oder Diffusoren, sind aus Glas. Und die gehen auch gerne kaputt. Ein wichtiger Aspekt, das Ding ist, zwitschert nicht. Also wer mal so ein Teil gehabt hat, das geht dir echt auf die Nerven. Und die Leute, die eine Bio-CO2-Anlage haben, da ist es auch genial, weil er löst schon ab ca. 0,3 Bar aus. Das war unser kleines Video über die CO2-Zugabegeräte. Wenn ihr noch Fragen habt zu unseren Zugabegeräten, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren und folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis dann, ciao. Bis dann.